Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwarz. Wir haben jetzt, ja, ist voll ungewohnt, dass uns kein Pokémon hinterherläuft, fällt mir mal gerade so auf. Wir haben uns hier zuletzt, ähm, ja, so ein bisschen die Vorstellung von Team Plasma angeguckt und gleichzeitig auch trainiert. Wir haben jetzt drei Pokémon dabei, nämlich Yorclef jetzt vor allem. Noch Nagelotts wollen wir eher weniger trainieren. Äh, voll die Fahrstuhlmusik. Was ist denn hier los? Guten Tag, Trainer. Dies ist ein Tor für alle Reisenden. Denke daran, einen Blick auf unsere Leuchtschriftanzeigetafel zu werfen. Okay. Äh, ja, was denn? Was könnt ihr das nochmal? Unser sattgrüner Landschaftsgarten zaubert auch auf deine Lippen ein Lächeln. Okay. Direkt neben der Stadt befindet sich die Pokémon-Pension, wo sich zahlreiche Trainer tummeln. Okay, gucken wir mal hier rauf. Achso, wo die Güter noch frisch von Wind und Wellen angeliefert werden. Der Markt von Marea City. Hier steht sehr, sehr vieles drauf. Ist okay, 23. Januar 2016. Es freut mich immer wieder, wenn ich die verschiedenen Bekanntmachungen auf der Leuchtschriftanzeigetafel lese. Persönliche Kämpfe und köstliche Speisen. In der Arena von Orion City bekommst du beides aufgetischt. Okay. Man kann in der Arena essen. Alles klar. So, hier scheint es jetzt sehr, sehr viele Trainer zu geben. Das bedeutet, wir können hier gut trainieren, denke ich mal. Der Visocaster klingelt. Yay. Flo nimmt den Anruf an. Flo, ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung. Ich lege dann mal wieder auf. Ich habe überhaupt nichts gesagt, Mami. Oh, Flo! Endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon weit gekommen. Professor Esche sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich, Flo. Hier, probiere sie am besten gleich mal an. Flo erhält die Turbo-Träter. Sehr schön. Wenn du in die Turbo-Träter schlürfst, bist du in Nullkommanichts am Ziel. Hör kurz mal zu. Ich lese aus der Gebrauchsanleitung vor. Wie so immer, weil mein Kind zu dumm zum Lesen ist. Aber es darf durch die Welt marschieren. Da steht, halte den B-Knopf gedrückt und du kannst schneller rennen, als je zuvor. Ziehe deine Turbo-Träter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Ich hatte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, es schadet eben nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Flo, du bist nicht allein. Das weißt du doch hoffentlich, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite und auch auf deine Freunde ist jederzeit Verlass. Und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in ihrem Herzen trägt, mein Kind. Also, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Bye-bye, Mami. Ich hab dich lieb. Winke, winke. Geht leider gerade nicht. Wow. Die wollte doch kämpfen. Ein schönes Schild ist das hier. Wow. Route 2. Ich glaube, sie will nicht kämpfen. Sonst wären wir jetzt gegeneinander angetreten, oder? Trainerkämpfe sind eine ernste Sache, vor der man nicht weglaufen kann. Das ist ein Problem. Ach, hier oben können wir gar nicht lang. Da ist wieder so eine Stufe. Dann müssen wir durch das Gras erstmal laufen. Und treffen vielleicht auch weitere interessante Pokémon. Flo hat das Item Trank gefunden. Okay. Uh. Wird es hier einfach im Wald dunkler? Nee, es ist gerade 20 Uhr geworden. Ich dachte, jetzt wird es im Wald dunkler, weil wir tiefer im Wald drin sind. Das sieht sehr komisch aus, irgendwie. Ah, jetzt geht's. Wenn der Blick eines Trainers den eines anderen trifft, heißt das nur eins. Gleich kommt es zu einem Kampf. Okay. Dann kämpfen wir gegen Teenager Edmund. Mit Nagelots. Okay. Also noch kein neues Pokémon, was wir heute kennenlernen. Kann ich mich mit anfreunden? Jorklef! So. Ja, also wie gesagt, Jorklef dürfte nicht das Problem sein. Wie kann ich denn Attacken tauschen? Geht das irgendwie hier mit einer... Geht das mit der Attacke hier? Mit der Attacke, genau. Ähm, ich würde es nämlich ganz gerne tauschen. Wie geht denn das? Hier, kann ich jetzt hier so auf Attacken gehen und dann mache ich so. Und Swatch switcht die da hin. Kann ich die so wechseln? Nein. Doch. Ich bin mir nicht sicher. Nee, irgendwie nicht. Okay, keine Ahnung, wie es funktioniert. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann greifen wir mit Tackle an. Lukas setzt Tackle ein. Level 7 ist das auch schon, ne? Das ist nicht gerade schwach. Oh, es kann Biss. Okay. Die Pokémon sind stärker als gedacht hier im Wald. Ein Volltreffer könnte schon kritisch werden. Aber Nagelhauts haben wir jetzt erstmal besiegt. Aber unsere KP sind natürlich schon ein bisschen... Haben schon ein bisschen abgenommen, leider. Er lernt Biss. Oh, jetzt können wir auch Biss. Das ist doch schön. Wie? Was? Du bist zu stark. Jetzt ist uns die Frage, ne? Tackle ist natürlich stärker als Biss. Ähm. Aber Biss kann es zurückschrecken lassen. Und mit unserer Initiative zusammen könnte das ganz gut sein. Hm. Oder ist Biss auch noch stärker geworden? Stärke 60 ist es. Ja, und das hat Stärke 75 dadurch, dass wir Step-Bonus kriegen. Also eigentlich ist Tackle schon die stärkere Attacke. Was krasses. Tackle ist echt gut geworden. Stark geworden. Stark geworden. So, ja. Lass uns einfach weitermachen. Und wenn der Trainer nicht machbar ist, dann wechseln wir. Hey du! Ich habe etwas ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Ja! Klasse! Dann schau mal gut zu. Und hepp! Haha! Hast du das gesehen? Du kannst hier runterspringen und den Weg abkürzen. Nicht schlecht, oder? Ja, ist super. Nein! Ich sag ja, es könnte das Gameplay beeinträchtigen. Gut. Dann können wir ja... Ach ja, wir haben ja jetzt die Turbo-Träder. Dann können wir ja jetzt ganz kurz nochmal unsere Pokémon heilen gehen. Was ich natürlich auch unbedingt jetzt machen wollte. Und nicht noch drei, vier, fünf Kämpfe weitermachen. Nein! Never ever! Ich wollte auf jeden Fall unsere Pokémon heilen. So, Yorklef. Dann wird man wieder fit. Ich bin gespannt, was wir in diesem Wald noch finden können. Es sieht ja wieder nach ein paar Käfer-Pokémon aus, ne? Und Käfer-Pokémon hat man vielleicht schon am ersten Teil der Joto-Top-Ten-List gesehen. Finde ich ja jetzt nicht allzu schlecht. Wer die übrigens noch nicht gesehen hat, kann da gerne mal reingucken. Steckt viel, viel Arbeit drin in dem Video. Und ist, glaube ich, ganz gut geworden. Lohnt sich schon, das anzugucken. Guckt da mal rein, wenn ihr es noch nicht kennt. So, dann müssen wir jetzt hier durchs Gras gehen. Lass mich hier durchlaufen. Okay, kein wildes Pokémon. Dann gegen dich. Bist du auch ein Trainer? Hallo, bist du auch ein Trainer? Wenn du mal nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf den Wegen bleiben, da Pokémon nur im hohen Gras angreifen. Ja, ich weiß. Tipps für Trainer. Pokémon, die anderen kämpfen, teilnehmen, erhalten Erfahrungspunkte. Daher solltest du deine Pokémon viele Kämpfe bestreiten lassen, damit sie an Erfahrung und Stärke gewinnen. Dann hören wir mal auf den Rat dieses Schildes und nehmen den nächsten Kampf auf. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Meinst du, dieses Pokémon ist viel putziger, wenn ihr sich so richtig ins Zeug legt? Hui, ist das nicht putzig dann? Ja. Dann zeig mal, was für ein putziges Pokémon du hast. Ähm, ein Fililu. Okay. Scheint also nicht ein mega seltenes Pokémon zu sein, sondern auch eher ein Standard-Pokémon. Das hatte nicht so viel Angriff, meine ich. Weil es hat uns echt wenig Schaden gemacht. Dann lass uns vielleicht mal mit Biss beginnen, um es eventuell zurückschrecken zu lassen. Und mal zu gucken, ob es vom Typ normal ist. Nee, es ist Unlicht, wie ich es mir dachte. Okay. Na, Heula ist nicht so cool. Es ist also schon ein sehr frühes Unlicht-Pokémon. Zumindest ist Unlicht mit drin. Das kann natürlich auch Unlicht-Normal sein. Was ich nicht glaube. Ich denke mal, es wird ein reines Unlicht-Pokémon sein. 4 KP sind auf jeden Fall erträglich. Okay. Nachforschungen angestellt. Fililu analysiert nächstes Pokémon. Und Level 9. Also Erfahrung gibt es hier ordentlich, ne? Das kann man nicht abstreiten. Mein Pokémon ist total süß, auch wenn es verloren hat. Ich weiß gar nicht, wann wir uns entwickeln. Ich glaube, Geki entwickelt sich auf Level 17. Aber wann sich Yorclef entwickelt, weiß ich nicht. Vielleicht 15 oder sowas schon? In die Richtung? Könnte sein. Ach, hier gibt es einen Fililu. Hm. Lohnt sich das zu fangen? Ins Team zu nehmen? Es ist ja immer ein Unlicht. Und damit ein anderer Typ. Also könnte man es theoretisch machen, ne? Nee, guck mal. Vielleicht ist es jetzt auch One-Hit. Bisher hat es mich jetzt aber nicht so wirklich überzeugt von den Fähigkeiten. Aber vielleicht hat es irgendwie die mega krasse Entwicklung. Könnte auch so ein bisschen so ein Rivale von Yorclef sein, fällt mir mal gerade auf, ne? Hund und Katze? Hm. Lass es uns mal fangen. Gefällt mir auf jeden Fall bislang besser als das Katzen-Pokémon aus der vierten Generation. Schnurgarst war die letzte Entwicklung, glaube ich, ne? Die fand ich ziemlich scheiße. Sehr gut. Da haben wir ein Fililu gefangen. Ähm. Für Fililu wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Okay. Zeig mal an. Es stibitzt den Leuten spaßeshalber ihr Hab und Gut. Doch dank seiner reizenden Natur kann ihm niemand Langbrüse sein. Ja, es ist vom Typ Unlicht. Okay. Möchtest du dem Fililu einen Spitznamen geben? Ja. Und da müssen wir mal ganz kurz gucken, was sich denn hier vielleicht aneignet. Ist es weiblich? Nee, es ist männlich. Das ist natürlich nicht so praktisch. Ähm. Also für Unlicht hat sich jetzt, glaube ich, niemand gemeldet. Nee. Okay. Dann gehen wir einfach von oben nach unten weiter durch. Und zwar nennen wir es dann einfach mal, ähm, Kuro. Kuro. Ah. Kuro. K- Nennen wir es. Äh. Klingt sehr männlich. Ist eigentlich weiblich, aber es klingt männlich. Also passt das schon. Sehr gut. Dann haben wir jetzt einen weiteren Freund. Und es geht direkt weiter in den nächsten Kampf gegen ein weiteres Yorclef. Auf Level 6 aber auch schon. Also die wilden Pokémon halten bislang ziemlich gut mit, muss man ja sagen, ne? Dafür, dass es die erste Route ist. Level 6 ist dann nicht schlecht. Wenn ich mich zurück an den Käferwald erinnere oder so. Lukas wurde erkannt. Nein, Lukas wurde erkannt. Auf der Straße. Jetzt erstmal schnell ein Foto machen. Yorclef wurde besiegt. Sehr gut. Hat jetzt nicht mehr viele Erfahrungspunkte gegeben. Wobei, so wenig sind es ja auch eigentlich nicht. Wir könnten auch mal gucken, was denn so bei Kuro eigentlich abgeht. Was das so für Werte hat und keine Ahnung. Es ist locker. Das ist schon mal kein optimales Wesen. Es verstärkt, äh, es senkt die Initiative und verstärkt die Verteidigung. Ja, ist jetzt nicht unbedingt super schlecht. Von den Werten her ist es auch passabel. Ansonsten, was hat es für eine Fähigkeit eigentlich? Flexibilität. Verhindert Paralyse. Das ist ganz cool. Ähm, Yure hat Adlerauge. Das ist auch nicht schlecht. Notdünger natürlich. Und Mitnahme. Ah, so eine kleine Zickzack-Fähigkeit. Mitnahme ist sehr cool. Ähm, wollte mal kurz die Werte vergleichen. 16. Angriff haben wir hier und es ist auf Level 9. Das heißt, so schlecht ist Kuro da gar nicht hinterher. Also vielleicht könnte man sich überlegen, das auch zu trainieren. Und keine Ahnung, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir Kuro trainieren sollten oder ob es sich eher weniger lohnt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und da haben wir ein wildes Nagelotz. Bisher gefallen mir die Pokémon ganz gut. Ich hab mal so durchgeguckt, durch die Liste. Einfach nur so ohne mehr großartig genau anzusehen. Wie die Pokémon im Detail aussehen, welche Entwicklungen sie haben, von was sie inspiriert wurden, ob sie gute Werte haben oder so. Sondern einfach nur mal so die Bildchen angeguckt und da war ich nicht ganz so überzeugt. Die Anfangspokémon sagen mir aber schon erstmals so. Also die paar, die wir jetzt hier hatten. Hund, Katze und Eichhörnchen. Sehr tierähnlich auf jeden Fall. Oder tierlastig, vielleicht auch bislang. So, da hinten haben wir auch schon Zerschneiderbäumchen. Yorclef vor! Yorclef vor! Los, mein Yorclef, zeig's ihnen! Nein, das reimt sich nicht. Das hätte sich jetzt reimen müssen. Dann wär's gut gewesen. Dann wär's nämlich so voll unterhalten und so. Weißt du? Emre, Erwin. Emrem, hab ich schon gelesen. Alles klar. Emrem. Yorclef auf Level 7. Gegen Yorclef auf Level 9. Haben wir natürlich grundsätzlich den Vorteil auf unserer Seite. Weil wir auf einem höheren Level sind. Aber man weiß ja nie. Yorclef setzt Silberblick ein. Das ist nicht so gut. Aber wir haben das Yorclef jetzt schon ziemlich geschwächt. Also zwei Tackles hätten wahrscheinlich gereicht. Ob jetzt ein Biss und ein Tackle reicht? Ist schwer zu sagen. Nee. Nochmal Silberblick. Okay, sehr gut. Dann sollte das Yorclef keine Herausforderung sein. Denn gab es jetzt hier drei Trainer, ne? Wenn ich mich nicht irre. Und das eine hatte, ähm, Fililu. Dann Nagelots und Yorclef. Also genau die, die man bisher fangen konnte. Macht ja auch irgendwo Sinn, ne? So. Okay. Level 10 erreicht. Solche Attacken setzt dein Pokémon ein. Öh. Damit hab ich jetzt aber nicht gerechnet. Tja. Siehste mal. Route 2. Steht hier nach wie vor. Und hier kommen wir nicht lang, ne? Hm, nee. Aber hier könnten wir die Abkürzung nehmen. Ich vergesse immer, dass wir jetzt ja die Turbo-Träte haben. Das verdränge ich immer irgendwie. Hey, Flo! Oh nein, nicht kämpfen jetzt. Wobei. Müssten wir eigentlich hinkriegen. Na los, lass uns kämpfen. Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Ja, okay, komm. Kriegen wir, kriegen wir hin. Das heißt, sie hat zwei Pokémon. Wir haben zwei kampffähige Pokémon. Sollte machbar sein. Auf jeden Fall. Bell. Kriegt ihr Poké-Bellchen rausgezogen. Und Yorclef. Yorclef gegen Yorclef. Aber es ist nur auf Level 6. Das eben war auf 7. Und das haben wir schon ohne Probleme gemeistert. Von daher dürfte das jetzt auch kein Problem sein. Ein doppelter Tackle müsste reichen. Aber, wow. Ein einfacher Tackle reicht ja schon fast. Du wirst schon sehen. Meine Pokémon und ich, wir werden alles geben. Zumal man ja hier auch schon direkt EVs ganz gut tanken kann, ne? Meine ich. Ohne Trank wird gegeben. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass sie jetzt schon mit Tränken rangiert. Aber das bringt dir nichts, da mein Tackle viel zu mächtig ist. Hier könnte man jetzt schon sehr, sehr gut EVs trainieren. Angriffs-EVs tanken für Lukas. Das ist ja dann voll die Angriffs-Sbestia später. Ottero. Ach ja, stimmt. Ist ja klar. Ist ja ihr Start da. Da haben wir aber den Vorteil, dass wir Geki dagegen haben. Und den sehr effektiven Bonus haben. Demzufolge mache ich mir dann erstmal wenig Sorgen. Es sei denn, Ottero hat noch einen Nebentyp, was ich nicht glaube. Jedenfalls nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Noch ist nichts verloren. Dann versuche ich es eben mit diesem hier. Dann zeig mal, was du drauf hast, Ottero. Ich weiß ja nicht, ob du einen Rankenhieb von mir einfach so einstecken kannst. Ich weiß ja nicht, mein Friend. Tackle. Aua. Aua. Wie? Wo war's? Kann das sein? Stehe ich wirklich kurz vor dem Aus? Scheinbar schon. Da würde ja auch ein weiterer Trank nichts bringen. Tut mir leid, Bell. Aber das hat heute für kein Foto gereicht. M-m-m. M-m. M-m. Spieler besiegt, Bell. Nein! Ein Sieg war wohl einfach echt nicht drin. Und wir gewinnen 700 Poké-Dollar. Die wir in neue Poké-Bälle investieren sollten vielleicht. Puh. Du bist wirklich stark, Flo. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann. Bis bald. Bis bald, Bell. Lebt wohl. Ja. Und hier wird wohl die nächste Stadt auf uns warten. Oder vielleicht die nächsten Trainer. Ich denke eher die nächste Stadt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank fürs Bewerten. Bis dahin. Und tschüss.